Hallo, herzlich willkommen, liebe Pixel-Dudes! Sound, ey, Wahnsinn! Absolut genial! Ich möchte die so auf Kassette! Warum machen die sowas nicht auf die Bravo-Hits? Verstehe ich nicht! So viel geiler! Was ein Sound! So, welcome! Ja, welcome du mich auch! Und direkt losgelagert! Loading is a living! Get to know! Tubes, Arrows, Acid, and Fire! Up close and personal! No tricks, nothing hidden! And our cat can fly as high as Superman! Yo, meine Katze konnte das nicht! Ach nee! Ich sag dazu nix jetzt! So, also, was brauchen wir hier als erstes? Hm, Fallschirm? Nee, lieber nicht! Obwohl, ich weiß nicht! Ich versemmel das immer wieder, jedes Mal! Ahem! Ahem! Sooo! Da ist ein blauer Schlüssel! War nix weiter! Also ab mit dem blauen Schlüssel! So, Murmel! Na ey, was soll denn das denn ab? Los! Und da ist schon der gelbe Schlüssel! Und weiter geht's! Wuhuuu! So! So, ne Fallschirm habe ich mir jetzt nicht geholt! Das heißt, ich habe Geld gespart! Ich werde mir auf alle Fall eine Spitzhacke mitnehmen! Danke, dass ich durch darf! Lass mich durch! Ich bin Fußball! Oh! Junge! Danke! Okay! So! Die roten Augen! Die kommen nicht vom Marihuna rauchen! Die sollen eigentlich hier, ähm... Keine Ahnung, die Map da ein bisschen! Kann ich mal zeigen! Äh... Äh... Naja! Uh... 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 Das war knapp! Ich habe nämlich keinen Fallschirm! Haha! So! Jawoll! So, das hat alles geklappt hier hinten! Dann hoffe ich mal... Dass ich hier auch nicht verkacke! Weil so lang ist es gar nicht das Level hier! Es hat nur ein Problem! Es ist... Es ist ein Arschloch-Level! Eigentlich... Eigentlich ist das ganze Spiel, obwohl es toll ist, ein ganz... Komplettes Arschloch! Muss man sagen! Weil... Okay! Wenn es dann passiert, kann ich es ja eh erklären! Komm, komm, komm! 200! Jo! Da kann ich mir noch jeweils die Spitzhacke holen! Dann hole ich mir hier noch eine! Ist nämlich so ein Ding mit den Spitzhacken! Das ist... Ich knall da trotzdem immer wieder... In dieses Loch! Ja! Warum Loch-Spitzhacke? Das ist einfach... Man kann die Löcher hier... Stopfen! Mit der Spitzhacke! So! Mit Steuerung... Meine Items auswählen! Und mit der Null-Taste auf dem Nummernblock... Oh! Es hat geklappt! Zum Glück! Uh! Manchmal klappt es nämlich nicht und man fällt da rein! Und wenn man da reinfällt, braucht man den Fallschirm, um wieder hochzukommen! Boah! Ich glaube, ich habe es... Langsam raus! Los! So! Jetzt kommt... Der letzte Abgrund! Ah! Hat geklappt! Sehr schön! Kein Leben versammelt! So! Und jetzt haben wir den roten! Also geht es gleich direkt hier rein! Oh! Score! Score! Ich will die meisten Punkte haben, ne! So, was gibt es hier? Ach! Einen grünen Schlüssel! Ja! Den brauche ich auch! Und der Sound ist einfach mal geil! so genau so und so und so und so und so und hoch und runter und links und rechts und was weiß ich das ist immer jetzt wird es langsam eng beziehungsweise knifflig so 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 ich hoffe ich hab's bald mal geschafft hier ich hab's bald mal geschafft jawoll so so ma wie jung ho那 so so ich vermute ganz stark dass ich den auch brauche Nimm das Auge mit, ich weiß zwar nicht wozu und wofür, aber egal Nimm mit Kostet nix So, der letzte Diamant und dann ab hoch Hier Dann ist es glaube ich sogar schon Gleich Ich habe noch einen grünen Schlüssel, ernsthaft Habe ich irgendwas verpasst, ach egal So Ich habe das erste Level geschafft Geil Jetzt kann ich mir irgendwie was drauf Einbilden oder so, ich weiß nicht Naja, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen Und Jo Und danke fürs Zuschauen und Ciao, bis zum nächsten Mal und ich verziehe mich jetzt in mein Loch Bis zum nächsten Mal und ich freue mich jetzt in deinem